Ihr habt schon gehört, Lösungen zu finden für ein Problem. Dieser Kerl findet eine Lösung nach der anderen. Und der ist sich nicht zu schade für nichts. IFBB Pro Mike Sommerfeld wird präsentiert von CLIMAX, dein Partner für Fitness Essentials. So, einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zur Episode Nummer 3 von Unfinished. Bevor wir jetzt in das Video starten, will ich dich noch bitten, dein Feedback unten da zu lassen, wenn du das Video zu Ende gesehen hast. Ich freue mich tierisch. Ich versuche, alle möglichen Sachen, die ihr in die Kommentare schreibt, mit einzubinden und das zu berücksichtigen. Also, ich wünsche jetzt ganz, ganz viel Spaß in Woche 3. Unfinished. Los geht's. So, wie ihr vielleicht wisst, hatte mein Daddy letzte Woche Geburtstag. Und das haben wir gefeiert mit einem richtig schön dicken Brusttraining. So, wie Ihr Alumni-Dirmaß? Und das ist eine resur회�ende. Ich erbebiere mich, dass ich nie die Chance für mich bin. Ich bin jetzt nicht zufrieden, oder? Das ist eine Situation. Aber ich bin jetzt hier zu erraten. Ich bin jetzt hier zu erraten. Ich bin jetzt hier zu erraten, und ich bin jetzt hier zu erraten. Und ich bin jetzt hier zu erraten. So, wie ihr macht es? Ich bin jetzt hier zu Xbox-Distady? So, wie ihr macht es hier zu sein? Ich bin jetzt hier zu 5-Ut. Ich bin jetzt hier zuerst in die Welt. zur feier des tages habe ich gegönnt dass er die übungen aussuchen darf und wir haben eine coole neue übung entdeckt und zwar eine butterfly maschine und ich muss zugeben das gerät habe ich gehasst zu beginnen weil man muss seine arme so komisch da ein drehen das war mal komisch was ich ihm aber noch zusätzlich geschenkt habe worauf ich mich wirklich tierisch freue ist ein film wir haben einen film gedreht in alicante und ja ich habe das jetzt hier geteasert ich wollte damit eigentlich noch warten bis es denn dann mal soweit ist aber das wird dann richtig richtig geiler film das ist ein spielfilm zwei stunden lang mit allem drum und dran mit viel emotionen ich habe ein bisschen geheult wenn ich ehrlich bin und ich freue mich wenn mein vater ihn das erste mal sieht ich habe in das probel gesehen da waren noch ein paar feinheiten zu machen aber es ist wirklich 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 geil also ich freue mich total und ihr könnt ihr natürlich dann auch gucken zu gegebener zeit übrigens zu dieser brille ich habe keine sehschwäche aber da ist ein blaulicht filter drin ist es jetzt schon spät abends und das bricht ein bisschen mein schlaf ich bin nicht sehr gut im schlafen deswegen jetzt diese brille in der hoffnung dass ich besser schlafen kann und ich glaube tatsächlich auch dass ich besser einschlafen das aber später was gibt es noch neues ja was ihr leider erst in der nächsten episode erfahren werdet ist mein neuer ein neues training und mein neuer ernährungsplan neil hat geändert und ich würde sagen jetzt geht es langsam auch uns eingemachte ich habe jetzt zum frühstück weniger kohlenhydrate aber wie gesagt das machen wir alles mal in der nächsten episode heute geht es um andere dinge und zwar wir waren unterwegs wir waren in mannheim das ist eine halbe stunde von heidelberg ungefähr weg je nachdem wie schnell man fährt und wir haben den max besucht max weintraube dazu gibt es ein gesondertes oder gab es ein gesondertes video letzten donnerstag das könnt ihr euch angucken das ist ganz ausführlich tief abend tiefer 3 2 1 4 stück let's go ja 3 2 2 das letzte auf stark und er ist jetzt heute nein gestern war sein wettkampf genau in polen ich habe ihm ganz ganz fest die daumen gedrückt und wir waren in mannheim zu besuch bei ihm und ich fand es ganz ganz wichtig für mich persönlich deswegen wollte ich da unbedingt hin zu ihm als ich jünger war und ich 18 war hatte ich meine jugend deutschen meisterschaft bei der afpb dann die baden-württembergische und danach direkt die junioren und ich war tierisch aufgeregt ich war wirklich 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 aufgeregt ich kann mich noch erinnern als wäre das gestern ich konnte nicht mehr schlafen ich habe jede minute an an die bühne gedacht an das posing was noch zu tun ist ich war so richtig brainfuck und genauso ist max auch er schläft kaum noch er ist tierisch aufgeregt macht sich über alles gedanken irgendwie und ich habe mich so dermaßen in ihm wieder gesehen der wahre grund oder was mich dann wirklich gezwungen hat dorthin zu gehen ist der kerl ist wie ich lustigerweise natürlich nicht ganz aber er hat dieselben ambitionen und derselbe engagement ich bin zu ihm gekommen und ich hatte halt erwartet na klar eine studentenbude wie man das kennt und er hatte ein zimmer da lag eine kindermatratze drin und ein power rack und das war's nee er hatte noch einen plastiktisch bei sich wo er mit einem laptop kleine videos für sich schneidet und da habe ich mir gedacht wow ich habe früher in einem verschimmelten schuppen angefangen auf sperrmüll zusammengesuchten gehandeln zu trainieren um irgendwie eine lösung zu finden für mein problem ihr habt schon gehört lösung zu finden für ein problem dieser kerl findet eine lösung nach der anderen und der ist sich nicht zu schade für nichts der lebt im wahrsten sinne des wortes auf ein minimum der kerl studiert macht ein duales studium will währenddessen seine bodybuilding karriere voranbringen hat nicht die nötigen finanziellen mittel und da fand ich es also für mich persönlich unheimlich wichtig ihm alles zu geben was ich kann also an mindset an herz an kraft an aufmerksamkeit na klar ich habe ihm noch zwei drei kleine geschenke mitgebracht eine dose rain reiswaffeln t shirt aber die sachen sind nicht als materielles geschenk gedacht eigentlich sondern für mich war es wichtig zum beispiel dieses t shirt dazu habe ich ihm ganz ganz wichtige worte gesagt und ich hoffe dass er dieses t shirt einen tag vor seinem wettkampf getragen hat so wie er sagte hat er das getan dass er einfach weiß dass es jemanden gibt der hinter ihm steht dass er weiß dass es jemanden gibt der diesen weg auch schon gegangen ist dass es jemanden gibt der da auch durchgegangen ist und der am ende des tages tatsächlich dort gelandet ist wo er sein wollte und zwar als ipv pro auf großen großen bühnen da ist es jetzt ganz verrückt weil ich rede über mich über meinen lebenstraum den er lebt und ich wollte ihm unbedingt zeigen dass es machbar ist dass man nicht umsonst kämpft der kärr kämpft nämlich wirklich es ist nicht der wie gesagt wir reden hier wirklich dass er jeden cent umdreht der muss sich überlegen ob er sich eine packung eier kauft der ernährt sich aktuell von haferflocken und thunfisch und sowas und ich finde es wichtig man es ist wichtig dass er jetzt lernt wie scheiße schmeckt und zwar für lange und zwar richtig ekelhafte scheiße nicht nur online meine mama kann mich heute nicht in die schule fahren wenn es regnet der läuft jeden tag zu seiner scheiß uni bei regen wind und wetter der schläft ohne decke weil er sich weil er die decke verkauft hat dass er sich eine büchse eiweiß kaufen kann überspitzt gesagt das sind leute wenn die später mal erfolge haben wissen sie die zu schätzen und die welt niemals abheben weil die päckchen die sie tragen halten sie am boden wie kontra k sagen würde und wer weiß wie scheiße schmeckt kann das leckere essen danach viel mehr genießen ich mache euch ein kleines beispiel ich bin jetzt mittlerweile an dem punkt wo ich dort bin wo ich sein wollte auf professionellen bühlen ich arbeite mit tollen partnern zusammen und ja damit verdiene ich geld ich habe es geschafft gott sei dank mit bodybuilding geld zu verdienen und dennoch egal ob ich millionär milliardär oder arm sein werde es ist wirklich egal es wird immer so bleiben dass ich minimalist bin ich kaufe mir keine teuren sachen außer essen zu geben als beispiel das hier ist ein euro von wish der ring das ist ein geburtstagsgeschenk gewesen das ist auch ein geschenk von der fibo gewesen das t-shirt war von wish für 3 euro die kette war ein geschenk die brille hat mich glaube ich 8 euro irgendwas gekostet die rose die ich trage ist geschenkt die sandaletten sind aus ägypten für 3 4 euro ich sehe darin keinen sinn geld auszugeben für diese komischen dinge und ich finde es cool dass max so was auch lernt und zwar nicht zu konsumieren sondern zu investieren ich glaube das ist auf den punkt ausgedrückt max lernt aktuell sehr 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 viel wie man lösungen findet und das wird seinen charakter richtig stark machen jetzt aber genug für max max an der stelle ich hoffe heute ist ein tag nach dem wettkampf dass du alles gerockt hast und dass du mein rat beherzigst hast und jede sekunde die du da hattest genossen hast jetzt aber zurück wir werden jetzt ein bisschen übers essen sprechen mein essen hat sich in den letzten wochen 0,000 geändert ich habe nach wie vor und es war mir ganz ganz wichtig so lange versucht wie möglich cheat meals mit in meinen sonntag zu planen und den sonntag habe ich oma gewidmet ihr wisst dass vor zwei jahren mein opa gestorben ist und zwar das war vor fast genau zwei jahren und seit diesem tag habe ich mir geschworen so viel zeit wie möglich mit meinen großeltern in dem fall meiner oma zu verbringen ganz einfach um ihr alles möglich zu geben was ich geben kann tolle mittagessen eine runde spazieren dass ich mir zeit nehme bis sie einfach dieses ungezwungenen wenn sie mir einen kaffee anbietet und da ist milch drin und zucker dann lehne ich dir nicht ab dann trinke ich den und es fühlt sich wirklich gut an ich denke ja familie ist für mich einfach enorm wichtig zumindest die person die ich zu meiner familie zähle und für die gebe ich auch alles und ich finde es ist das mindeste ein tag die woche vielleicht ein mittagessen mit oma zu verbringen und ja da gibt es keine pizza da gibt es salat da gibt es gute kartoffel ein gutes stück fleisch und dann ist gut klar ich habe so brennen und es ist nicht ganz mein plan essen aber mir tut es so gut wenn es nicht für meine muskeln ist dann ist es für mein herz so kann man das ganz gut beschreiben glaube ich und wie gesagt die letzten wochen hat sich mein essen null geändert ich habe mein erstes plan selbst gemacht das heißt ich habe weiter mit meiner freundin morgens toast gegessen den habe ich irgendwann gekickt und habe es durch reiswaffeln getauscht weiterhin ist avocado drin geblieben ich hatte meine zwei ganzen eier mittlerweile sind es nur noch drei ganze eier jetzt noch zwei ganze eier mit 300 milliliter eiklar und gemüse mix und ich bin auch ehrlich in den letzten wochen war es mir nicht so wichtig wie viel gemüse da drin ist oder welche art von gemüse ich wollte einfach nur dass es gut schmeckt mit dem hintergedanken aber dass es um kalorien geht also ich würde jetzt nicht 200 gramm avocado rein sparten mit 100 gramm kichererbsen und bohnen ich weiß nämlich dass es relativ viel kalorien hat also wir reden eher über frühlingszwiebeln bisschen pilze so ihr wisst was meine grüne paprika gurke und dann gab es mittags zweimal mittagessen und ein abendessen that's it jetzt habe ich meinen essensplan verändert und zwar ich habe mir selber einen carb cycling plan geschrieben und habe ihn meinem coach präsentiert mit aller aller höchste vorsicht also wer nie kennt oder wer schon stories von mir gehört hat neil kann sehr hart sein sehr sehr hart sein also habe ich ganz vorsichtig gefragt ob ich eventuell die makronährstoffe tauschen könnte hat gesagt ja mach mal habe ich gemacht das heißt einen low tag da sind wir jetzt bei 80 gramm fett knapp 100 gramm kohlenhydraten und 260 gramm protein und die mahlzeiten sind im prinzip gar nicht großartig anders sprich ich habe morgens 300 ml eiklar die zwei eier mit gemüse und aber keine weiteren kohlenhydrate zum frühstück das ist ja ihr kennt mich ich hasse carbs deswegen zum frühstück gibt es keine aber dafür gibt es danach kohlenhydrate also wenn ich dann nach dem training nach hause komme gibt es die erste mahlzeit das sind 200 gramm chicken mit 30 gramm ungekochten reis ja 30 gramm so so sind 30 gramm und genauso fühlen die sich auch an das habe ich zweimal also zweimal 200 gramm chicken zweimal 30 gramm reis zweimal gemüse dazu dann gibt es einmal fisch und zwar lovely pangasius ihr werdet mich jetzt kreuzigen wahrscheinlich weil es ungefähr so der eine der schlechtesten fisch arten ist die es gibt aber ich finde den lecker er ist nicht so teuer und ja ja ich achte da schon auf den preis wenn ich ehrlich bin und abends gibt es noch und jetzt kommt der wahnsinn der absolute wahnsinn eine bowl ja eine bowl und zwar von complete complete ist das habt ihr in meiner instagram story vielleicht schon mal gesehen und ich werde es dort auch zeigen bowls da ist salat drin da sind gemüse drin und fleisch nach deiner wahl in meinem fall wird es leider kein fetakäse sein oder granatapfelkernen die haben so ein geil geilen scheiß man und ich habe so hunger naja auf jeden fall darf ich mir vermutlich zweimal die woche zu meinem high day eine bowl mitbestellen ja vielleicht also abends habe ich jetzt aktuell 200 gramm rindfleisch mit 50 gramm salat 100 gramm bohnen und 30 gramm avocado das kann man theoretisch tauschen durch diese bowl das coolste ist bei complete kann man kann ich meine eigene ball zubereiten lassen ich sage zu denen einfach ich will 100 gramm davon 50 gramm davon 30 gramm davon das bitte zehnmal nehme ich mit maximal freezer und fertig ich muss es nur einmal einen tag draußen stehen lassen nicht mal in die mikro dann taucht es schön auf denn es ist schön frisch und ich kann das immer essen immer abends bevor ich ins die wie sexy also an der stelle jungs und mädels von complete vielen vielen dank für die möglichkeit dass ich es ist quasi ein cheat meal in meiner diet auch noch super gesund mit unverarbeiteten lebensmitteln okay ich muss aufhören sonst habe ich ja alles vor so viel zum essen gemüse was soll ich dazu sagen ist aktuell noch mix gemüse nichts worauf ich ganz speziell achte und ich habe was geiles geiles ausgefunden und zwar in der metro gibt es fertig gekochte chicken chunks heißen die das sind so die haben immer so keine ahnung 10 bis 20 gramm und die sind frozen die sind gegart die sind leicht gewürzt und im prinzip kannst du so wie das ist in der box packen mit dem gefrorenen gemüse und fertig dann machst du sie in mikrowelle machst dein reis drauf und du hast eine fertige mahlzeit das heißt ich muss nicht mal mehr richtig kochen normalerweise habe ich mir einmal die woche zeit genommen knappe vier stunden ungefähr und da habe ich alle mahlzeiten gekocht alles für jeden tag 45 mahlzeiten pro tag die alle in den freezer gepackt und dann war das gut to go das heißt rausnehmen für den nächsten tag in die mikrowelle packen und fertig du hast kein genervt mit ständig fünf mal kochen am tag weil es raubt so viel zeit und die habe ich nicht die hat übrigens keiner von uns in zeit kann man nicht haben jetzt kommt was schlaues und damit beenden wir das video dann auch zeit kann man nicht haben man kann zeit nicht besitzen das heißt kein mensch auf dieser welt ist herr über die zeit ist sie einmal vergangen ist sie vergangen ein netter spruch dazu wer von euch hat schon mal holz gesägt wahrscheinlich schon ganz viele von euch wer von euch hat schon sägespäne gesägt das werdet ihr denken okay der typ ist ein bisschen dumm in der birne fakt ist aber sägemehl sägt man nicht denn es wurde bereits gesägt jetzt kommen wir zum punkt die vergangenheit ist vergangen die kann man nicht noch mal sägen wenn die zeit vorbei ist dann ist sie gegangen und dann stelle ich mir immer die frage habe ich alles getan zu diesem zeitpunkt um jetzt da zu sein wo ich sein möchte wenn die antwort nein ist dann schäme mädchen das kannst du nicht rückgängig machen und wenn du das ganz oft in deinem leben verkackst ist die summe deiner fehler dein leben oder das was du dann dein leben nennst und davon möchte ich jeden bewahren wenn du das hörst mach dir bitte ein ganz ganz großes ausrufezeichen hinter dein ohr dass du die zeit im auge behältst sie wird gehen und man kann sie nicht aufhalten für niemanden teil dir die zeit gut ein und versuch dass die wichtigen dinge immer wichtiger bleiben als die dringenden dinge dringend sind so das war's von mir ich hoffe euch hat die episode gefallen mit einem tiefgrünigen ende zum schluss leute jetzt knackig wir peilen jetzt die letzten paar wochen an bevor es auf die bühne geht in wenigen wochen werde ich bekannt geben auf welche bühne in wenigen wochen wird bekannt gegeben wo noch es wird einiges kommen es ist wieder so viel in planung ich freue mich bin tierisch tierisch gespannt ihr könnt es nicht glauben ich bin raus für heute noch mal falls ihr was tolles fandet oder was schlechtes fandet knallt unten in die kommentare ich würde mich wirklich freuen beantworte sie auch gerne und dann sehen wir uns beim nächsten mal oder bei einem neuen Y3T training die drehe ich jetzt nämlich auch gerade parallel für euch ich bin raus macht's gut Euer Mike